Heute sind die beiden mal wieder zusammen. Heute verstehen sie sich mal gut. Die letzten Tage wurde sich nämlich eher ein bisschen gezofft, aber jetzt sitzen sie da zusammen bzw. liegen da so halb. Das ist natürlich immer schön. Das freut mich. Als sie ganz klein waren, da haben sie sich am besten verstanden. Mit dem Alter wird das immer alles etwas schwieriger. Aber trotzdem habt ihr euch lieb und seid froh, dass ihr euch habt gegenseitig noch.